Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn erreichen kann? Nee, ich weiß ja nicht, wo der... Ach hier übrigens, das ist Kalle. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles ist nicht so schlimm, macht dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ich wollte das nicht. Wirklich, 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 ich wollte das nicht.